super mario 3d world herzlich willkommen zurück zu wahrscheinlich ich glaube es könnte sein dass wir uns dem ende nähern ein bisschen sieht aus an der fahne mit ja ich wollte auch nicht da rein ich wollte springen ich wollte lustig springen ja hat ja nicht geklappt doch gesehen ich gehe einfach durch die tür wieder raus oder lässt mich hier und du gehst aus der tür wieder raus ich mache das jetzt hier eben alleine okay so jetzt halt noch eins ja da geht das jetzt nämlich in die richtung ich glaube ein level war noch was schon so wieder so lange her oder ich habe erinnerungen wie ein sieb das ist wohl eher so quatsch ich hätte jetzt schön sagen können nein das ist lange her es geht weiter mit dem wumpel inferno jetzt kommen ja noch klischees auf den tisch go hier wumpel entfernung hier wumpel was hat hier das ist doch nicht normal ja oder man muss doch kommen auch durch irgendwas ist hier habe ich nicht getroffen ja wenn wir hier drauf gehen jetzt bestimmt weiter würde ich jetzt mal vermuten ich will aber vielleicht nicht dass es weiter geht da habe ich nicht mit gerechnet das hat mich jetzt überrascht mein gott ok da bin ich wieder lief jetzt weiß wie es geht oder ja das scheiße ist dass das wirst du machen müssen ne ich falle doch sowieso direkt runter ihr könnt sich ja auch mal anstrengen ok und weg doch du kacke was ist das denn für ein level wie soll man das denn bitte machen oh mein gott oh mein gott news so wie die also kannst du da theoretisch einfach weiterlaufen müssen nicht sprengen laufen weißt ich ob laufen wir tun ja du hast gesagt so wie die oh nein wie einfach ist ja langweilig war es doch ja das ist dann die problematik glaube ich das war so der tipp die viecher haben uns einen tipp gegeben ihr könnt einfach laufen ja wenn wir sie nicht sofort kaputt gemacht hätten hätten sie uns einen tipp gegeben na gut egal jetzt wissen wir wie es geht jetzt ist ja simpel also einfach immer nur ich habe den stern ist alles gut wir sind sicher ok ich steig wieder auf wieso sind wir sicher weil ich einen stern habe so ok da kommt land wir nähern uns dem land oh boah scheiße bin da bin da bin da bin da alles ist gut alles ist gut wir können uns entspannen total oh die sind glaube ich gut hier nehm ich nur den waschbär mit boah leko fanny leko fanny hier oben was war nee da sind wir da konnte man eben oben drauf gucken so hammerbruder komm her du kriegst hier direkt ein wieder links rechts blimm schweif bäm ich muss ja hier aufpassen hast du das nicht extra gemacht ich muss ja hier aufpassen was ich sage sonst heißt das hier wieder geht ja gar nicht und so er sagt das du warte 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 ich war bestimmt was nein das ist nix was soll das sein ja weiß ich doch nicht also hier ist nix na gut ich sehe nix ja aber hier waren die gleich nicht rum hier wäre was gewesen ja wenn du was verpasst wäre was gewesen aber wir haben hier gerade den waschbären gekriegt es macht ja wenig sinn wenn man jetzt mit katze irgendwo hoch müsste hier was sein um die ecke rum ne na guck mal so es geht weiter hier mit kavubti was macht der wollte auch weiter oh 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 warum springst du ab oh 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 ich bin getroffen ich bin getroffen da ist der stempel glaube ich ich glaube der hat den stempel der otto hat den stempel oh mein wie soll ich den kriegen scheiße warte ich riskiere alles tot der hat den stempel der oben der stempel ich hab den stempel gesehen ja hast du okay alles klar nein den brauchen wir nicht wir sind gut wir brauchen keine hilfe also der macht einmal einen plump und dann rutscht der nur noch und dann greif ich den da hinten an oh mit dir auf dem arm oh gott ich bin vorbeigesprungen oh mein ich glaube ich komme nicht rechtzeitig wieder um das nochmal zu versuchen nein komme ich nicht oh gott ich weiß nicht ob ich jetzt unbedingt ach so der dreht noch einmal ok was bist du die hatten wir schon mal das sind die die so eine fiese Spur hinterlassen die dann auch noch Lava bleibt oh mein oh mein oh mein oh mein ja danke bäh oh du musst dir das nicht machen gut gleich wieder da bring dich in Sicherheit komm hier hoch komm komm super ich bin auch keine Katze aber kein Hund ja warte nu keine Katze oder kein Hund ne nimm hier das Blatt ok weiter gehts wir werden für den stempel nochmal in das Level müssen aber vielleicht haben wir dann zumindest schon mal alle Sterne boah meieiei runter ok man fällt schnell na gut dann können wir es nochmal von hier oben versuchen chakalaka chakalaka wukadu auch mein kopf gehüpft so jetzt aber kommen wir nicht zu nahe damit ich springen kann einmal hoch und jetzt muss ich ihn angreifen ich muss ihn angreifen es gibt es doch gar nicht wieso komme ich an den Auto nicht dran versuchst du es mal schweb drüber ok wie mache ich das wie mache ich das ich überlege ich bin noch in der Findungsphase ja so versuch du drauf zu bleiben dann mache ich das mal ja mach du das mal ja du kannst da besser hinschweben das ist einfach echt ein Vorteil so ich bin schon ein bisschen früher abgesprungen aber egal bis hier ist trotzdem schweb drüber schweb drüber ja mach ich das gleich mach ich das gleich ich bin doch schon wieder da das heißt ich halte die Stellung es gibt es doch gar nicht der muss doch zu treffen sein oh man wie schlecht ja der muss wahrscheinlich auf den Kopf vom Hammerbruder ja ja so weit so klar achso sorry am besten was machst du um Gottes Willen kommen wir ruhig mit jetzt hier und jetzt aber ja Krabben bist du drauf? nein ok aber ich schaff's noch ich bin ja da ich bin ja da ist alles gut wir sind total im Lot wir sind total im Lot ich spring rüber komm schnell raus bevor ich hier getötet werde ich mach mich jetzt zur Katze ok ich mach dich zur Katze Entschuldigung das wollte ich nicht ist nicht schlimm oh man aber eins möchte ich jetzt auch haben irgendeines hätte ich jetzt auch gerne ja du musst ja ja ich will mich ja nicht hochheben du musst rennen neben mir ich hatte keine Chance ich wollte ja rennen ah mei ok musst du schnell mitnehmen gut und weiter mhm so warte haben wir irgendwas ne wir haben nichts ach ne nimm du das genau so machen wir es nämlich und dann nehme ich noch den ok ok wir haben den Stempel und wir dürfen jetzt nur nicht beide sterben nach Möglichkeit dann 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 ziemlich hoch und jetzt ziemlich wieder runter ne ne geh doch weg Nee, lass mich in Ruhe, ne? Oh, was? Oh nein, oh nein. Ich schoss nicht. Das ist doch scheiße. Das Level ist echt schwierig. Oh, Mann. Okay, jetzt haben wir keine Katzen mehr, aber brauchen wir auch eh nicht. Das läuft irgendwie so. Ich weiß nicht, wie ich das gerade gemacht habe. Ich glaube, von hier aus dann. Oh nein, ich bin tot. Dann habe ich wieder. Gut, alles klar. Und hier schnell weiter. Auf den Hubbel hier drauf. Hier sind wir sicher. Mehr oder weniger. Bis die nächsten kommen. Egal, alles gut, alles gut. Und weg. So, du kommst jetzt wieder. Dann kriegen wir die Waschbären. Wir haben einen Stempel und beide Waschbären. Und alles gut. Alles gut, alles gut. Das ist immer gefährlich hier. So, weiter geht's. Gut, gleich muss man irgendwie versuchen, oben auf dem Ding zu sein, wenn das da hochkant kippt, weil da ganz oben der Stern ist. Oh Mann, ich schminke immer ab. Wenn man zu früh rüber geht, dann fällt man da ganz fies runter. Ganz fies. Aber ich bin sofort wieder da. Ich setze mich auch direkt oben drauf am besten. Oh toll, hat aber nicht mehr klappt. Dann mach weiter. Dann holen wir uns lieber den Stern gleich noch. Nein, 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 nein. Nein, nein, nein. 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 Wir werden noch 62 Leben, das ist gar kein Problem. Gut, dass wir 160 holen. Dann bin ich. Wiii. Ey, der Hammerbruder, ne? Ey, der gibt mir den Durf. Nein. Nein, dieses Mal habe ich auch den Hammerbruder nicht geschafft. Boah, nee, ey. Ist das herrlich, ist das herrlich. Hurra. Pops. Nein, ich springe in den rein. Ich habe es jetzt umsehen. Kann ich aber nochmal weggehen? Gut, haben wir. Weiter. Da sind wir beide klein. Das heißt, wir kriegen einen Pilz. Und hier kannst du dir... Ach nee, du hast einen Pilz. Na, ist ein Pilz. Okay. Na gut, dann ohne den ganzen Quatsch hier mit diesen Luxusartikeln. Ja, ich finde, die bringen eh nichts. Na, wenn du runterfällst, fällst du runter, ne? Ja. So, hier warten, 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 warten. Und jetzt ist es rüber. Jetzt kommen die Frechen noch dazu. What? Was ist jetzt passiert? Du bist irgendwie unter mich gekommen? Und dann bin ich weggeflogen. Wie verrückt. Bin ich auch irgendwo auf der Nähe? Nee, man landet daneben. Das ist total gemein. Pass auf, der rutscht jetzt, glaube ich. Ah, wir sind da. Warte, ich versuche hier was. Ah, das ist recht nicht. Okay. Aber wir haben zumindest schon mal das Level geschafft. Ich bin zu blöd, auch an die Farbe zu springen. Ja, warum denn nicht? Wolltest du nicht? Egal, wir müssen ja eh nochmal rein. Alles, alles, alles gar kein Problem. Und wir haben noch Leben. Leben über, ohne Ende. Meine Güte. Aber wäre es nicht clever gewesen, wenn wir beide einen abschmieren und gucken, dass wir den Stempel und den letzten Stern nicht kriegen? Ja, natürlich brauchen wir beide noch. Nein, dass wir jetzt nicht hätten zu Ende machen müssen. Ja, aber noch ein paar Mal sterben macht es ja auch nicht besser. Dann kannst du noch ein bisschen üben. Hopps. Der fliegt dann über die Kante rüber, so und weg. Ja, aber springt der da automatisch ab, oder wo ist... Ne, der fällt. Dann gilt die Kante noch als runterfallen. Und dann schmierst du einfach nach vorne weg. Oder machst du was Bescheidiges. Kannst du auch machen. Bäh. So gerade. So, den haben wir jetzt schon. Oh ne, geht in die Richtung. Oder das. Wenn du so irgendwie um die Kante noch rumkommst und dann unter mich kommst, dann gilt das, als wäre ich auf dich gesprungen und dann fliehe ich durch die Gegend. Das ist nicht mehr feierlich. So. Gut. Aber mit gar nicht so viel Lebenverlust. So, und vielleicht kann man mit den Waschbären zusammen auch besser sich den Stempel holen. Jetzt können wir den Waschbären bis dahinten behalten. Wir müssen mit dem Waschbären bis dahinten kommen natürlich, ja. Und nehmen wir einfach schnell hier weiterlaufen. Du den unterwegs noch tötest und schwupps weg. Und schwupps weg. Und schon sind wir da. So. Auch geht's. Einmal hüpf. Klar. Sehr gut. Ich gucke da so zügig wiederkommst, weil ich jetzt eigentlich sehr gerne rüberfliegen wollte. Ach, komm ich mal wieder zurück? Nein, zurück komme ich nicht mehr. Aber wir haben den Stempel. Juhu. Gut, hier können wir weiter. Um die brauchen wir uns jetzt eigentlich gar nicht kümmern. Wohin machst du? Okay. Das ist schiefgekuckt. Oh nein. Ich habe noch in die Kacke reingehoben. Du hast schiefgekuckt? Ja. Okay, hüpf du da drunter und lass das, was da rauskommt für mich. So, jetzt kannst du da jetzt holen. Okay. Okay, okay, okay. Okay, okay, okay. Wir sind im Bilde. Auf geht's. So, das Ding kommt jetzt hoch. Sehr gut. Sehr gut, sehr gut. Bist du drauf? Ja, ja. Bin noch drauf, bin noch drauf, bin noch drauf. Ja. Bin noch drauf, bin noch drauf, bin noch drauf. Der fällt jetzt? Bin noch drauf, ja. Jetzt müssen wir nur noch bis zum Ziel, ne? Oh, oh. Oh nein, ich schaff's nicht. Ich schaff's noch nicht. Nein, nein, nein. Scheiße, ich dachte, er kennt das schon. Ja, hatte ich auch gedacht. Oh nein. Oh Mann. Und nochmal. Weil es so schön ist. Sollen wir hier direkt springen, macht mal keinen Sinn. Und hier aus könnte man, aber hier hat man unglaublich Kackwinkel irgendwie. Und jetzt muss ich. Aber ich lande dann auch nicht mehr da drauf. Also man kann zwar auf dem Kopf landen, aber dann fällt's auch eigentlich in die Lava. Ach, oh. Fie? Ah, ich bin vorbeigehört. Und du in das Viech. Macht das keinen Spaß. Ich will nicht. Was willst du nicht? Ja. Ja. Ist nicht. Will nicht. Leben ist kein Ponyloch. Hier. Oh Mann, ist mich auch nicht angekommen. Hüpf du rüber und hol den Stempel. Gut. Weiter geht's. Noch eins. Was machst du denn da die ganze Zeit? Hüpf doch nicht immer. Ja, ich hab mir den Hammer voll in das Gesicht gekriegt. Nein, natürlich auch voll ab. Und den Stempel. Soll ich sterben. Ja, wir haben den Stempel nicht. Jetzt müssen wir's nochmal machen. Ja, ist ja okay. Ich versuch nur, mich auf mich zu konzentrieren. Ja, konzentrier dich auf dich. Hüpf doch nicht immer. Ja, aber ich lauf zu früh. Ja, der lauf nicht so früh. Aber wenn du springst, bist du völlig weg. Der schafft das noch relativ lange ums Eck rum. Der kann noch ziemlich steil die Wand hochgehen. Ja, aber wenn du hüpfst und dann im Laufe springst, bist du ja auch nicht. Ja. Geh einfach weiter. Genau. Mann ey. Der Kaka-Rule, ey. Oh, ich nehme dich auch noch mit. Ich hab dich mal mitgenommen. Ja, weil ich rennen wollte. Runter, vorbei. Ich muss das Rennen gedrückt halten, weil ich glaube, ich brauche den Schwung. Ich springe jetzt einfach noch nach dem ersten. Und jetzt. Komm, bist du zu weit. Bist du weg? Ja, ja. Tot. Ja. Ja, aber was bringt uns das? Ja, wenn du da oben drauf... Ja. Ja, ja. Nix. Und wenn du in der Blase bist, kommst du nicht auf das Ding zu, sondern kommst zu mir. Ja. Jetzt hab ich ihn getötet, aber den Stempel nicht gekriegt. Ja, die nachfolgenden Episoden verzögern sich, bis wir Game Over sind. Ich kann ihm immer nur voll entgegenspringen, muss dann in den Hammer hüpfen und... Ja, okay, wir haben ihn diesmal. Ja. Okay, wir haben ihn diesmal. So. So. Gut. So, das wieder geschafft. Jede Münze mitnehmens. Jede Münze zählt. Okay. So. Okay. 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 So. So, jetzt noch einen. Ja, der kullert nochmal und jetzt abhüpfen angesagt. Hüpf und schweb, hüpf und schweb. Ja. Weg von der Fahne, weg von der Fahne, weg von der Fahne. Wenn ich dich hochhebe und springe, kannst du dann nochmal springen, da oben. Okay, so kriegen wir dich hoch genug. Wir machen das jetzt hier, ich springe hoch, du springst und schwebst dann rüber. Okay? Kriegst du das hin? Vielleicht. Okay, erst am höchsten Punkt abspringen. Ja. Wunderbar. Gott sei Dank, ey. Geschafft. Ja. Ohne Leben zu verlieren. Auf Anhieb. Boah. Vielleicht nur 80 Leben oder so in dem Level verloren. Ja, du weißt ja wieder, wie hast du es genannt? Leben Farms? Leben Farms? Ja, solcher nicht mehr, hab ich ja gesagt gekriegt. Ne, macht man nicht. Dann müssen wir jetzt halt Münzen sammeln. Natürlich. Natürlich ist sie Königin. Klar. Königin des Sprungs. Boah, ich bin jetzt schon wieder am Ende, ne? Wird schon wieder völlig fertig. Reicht schon heute? Reicht eigentlich schon. Boah. Ja, möchtest du vielleicht nochmal ein paar Leben holen? Nö. Warum? Wir sind ja noch gut. Guck mal, ein bisschen Münzen. Guck mal, hier ist ein Geist. Wie sieht es denn kartenmäßig eigentlich so aus hier? Ansonsten. Sieht zwar eigentlich gut aus. Ja, das ist ja gut. Nee.